Hallo ihr Lieben, ich zahle heute mit meiner Mountain-Wolf-Karte, von dem ja so einige behaupten, es sei Scam, es wird nicht funktionieren, bla 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 bla, es funktioniert und ich zeig's euch. End up in. Also gehe ich an mein Pin ein. Okay, und hier. Thank you very much, bye bye. Und ich habe 50 Euro getankt und fahre jetzt wieder weiter nach Nikosia.